Hola, de Cuba-Buddy. Heute reden wir an euren Cuba-Podcast über was machen Locals eigentlich in Havanna, wenn es dunkel wird und auf einmal die Party losgeht. Was machen sie dann? Wo gehen sie hin? Wir werden heute die Themen besprechen, was man machen kann, wenn man halt einen gewissen Musikstil mag, ob man lieber in eine Bar geht oder man lieber in einen Club geht. Wir werden ein bisschen über die Location sprechen, wo die besten Clubs sind oder die besten Abendbeschäftigungen. Wir werden darüber sprechen, wie sicher es ist, abends in Cuba auszugehen und wir werden natürlich auch ein bisschen über Musikstile sprechen und vielleicht auch ein oder zwei Geheimtipps zeigen oder euch erklären. Ich bin Vincent, euer Cuba-Buddy. Heute mit den Cuba-Buddys aus Havanna, Anna und Juanqui. Hallo, Juanqui und Anna! Hallo, Grüße von Havanna! Hallo, Grüße euch! Guten Tag, Anna, Vincent und alle Cuba-Buddy sind auch. Hi! So, wir werden jetzt heute mal mit euch beiden darüber sprechen, was man so abends in Havanna machen kann. Kurz nochmal zur Vorstellung, ihr seid auch bei uns Reisespezialisten, ihr plant bei uns auch die Reisen. Wenn Reisende bei uns anfragen, seid ihr mit Rat und Tat dabei und werdet die Reisen mit ihnen zusammen planen. Kurz nochmal, was ich jetzt gerade als Spitzname gesagt habe, um das mal kurz zu wissen. Juanqui ist natürlich Juan Carlos, aber er ist bei uns, sein Spitzname ist bei uns Juanqui. Willkommen, ihr beiden! So, denn erzählt doch mal, was kann man denn abends so in Cuba machen oder in Havanna und was macht ihr? Was ist denn, Anna, erzähl mir mal, was du so gerne am Wochenende in Havanna so gerne machst? Also, ich bin nicht die größte Partyfrau, würde ich sagen. Also, von den Clubs und so mal nicht. Mein Vibe ist dann ein bisschen mehr chill in die Richtung. Also, ich gehe an Malekong auf jeden Fall. Entweder am Anfang der Nacht oder dann sogar am Ende, schon fünf Uhr morgens. Das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser erklären. Also, weil Malekong ist eine ganz besondere Sache. Und was machst du noch? Genau, das stimmt. Und es gibt dann diese Orte, zum Beispiel Fabrika Theater, das muss man natürlich gesehen haben, weil es so viele Musikstile dort gibt. Und diese private Partys und private Projekte, die schon ein bisschen geheimlich sind. Und die sind sehr gut. Und dort kann man Techno-Musik zum Beispiel finden, was in Havanna nicht so oft vorkommt. Okay, das hätte ich ja schon mal sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gut. Also, da bin ich schon mal gespannt, was wir da von dir gleich noch hören. Juanqui, was machst du, wenn du am Wochenende Partylaune bist oder abends losmöchtest mit deinen Freunden? Ja, gerne. Also, ich bin beschäftigt, Anna rauszunehmen, um ein paar Partys zu besuchen. Und wir besuchen gerne auch Bars und Cafés am Abend, also mit ein paar Freunden, ein bisschen nicht so laute Musik hören, aber ja, ein angenehmer Ort, wo man ein paar Bier oder ein paar Kaffee trinken könnte und über unsere Sachen sprechen und eine sehr entspannte Weile verbringen. Und ja, also Discos gefällt mir nicht sehr. So viele Leute, das ist so viel für mich. Aber ja, haben wir sehr, sehr gute Orte dazu. Und ja, das ist was, was ich liebe am Wochenende. Also, ihr Zuhörer, wie ihr es schon jetzt mitbekommen, wir haben uns genau die richtigen beiden Kubaner rausgesucht, die nicht gerne abends Party in der Diskothek machen. Oh nein, das ist das eigentlich. Nein, aber es ist natürlich auch, es ist natürlich total interessant, genau das ist gerade interessant, weil viele kennen bestimmt, was man so normal in Kuba machen kann oder in Havanna machen kann. Ihr könnt uns bestimmt da sicher was erzählen, was halt man so nicht wissen kann, wenn man nicht aus Kuba kommt. Eine Sache ist mir gerade schon aufgefallen bei dir, Hwangi. Ihr geht gerne wohin, wo nicht so laute Musik ist. Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern mal erklären, was du damit meinst. Also, weil ich weiß genau, was du meinst und Anna sicher auch. Was meinst du mit zu lauter Musik? Also, nicht so laut wie an einer Disco. Also, ich liebe auch meine Horden und ich möchte diese Musik genießen. Ich bin kein Fan von Tanzen zum Beispiel. Das ist ein falsches Klischee. Ja, ich kann nicht tanzen. Nächstes Mal könnten wir vielleicht ein paar Freunde mehr hier mitbringen. Also, echte Salsa-Profis. Und so wäre also eine ganz andere Unterhaltung. Aber ja, um alt und laute Musik zu sprechen, zu hören, würden wir zum Beispiel zum Fabrica Reate gehen und so. Es ist ein sehr guter Ort dazu. Ja, um das einmal kurz zu erklären. Also, das ist halt die Sache, ist die in Kuba, ist halt, ihr werdet das merken, wenn ihr in Kuba unterwegs seid, die Musik wird schon auf Anschlag meistens abgespielt. Also, die Kubaner mögen es halt irgendwie sehr, 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 sehr laut. Und so wie Chunky schon sagt, das geht dann schon auf die Ohren. Deswegen muss man da manchmal wirklich aufpassen, wenn man irgendwo ist. Oder halt einfach den Tipp, wenn ihr wirklich das Erlebnis mal mitbekommen wollt und sowas nicht missen möchtet und in solche Clubs gehen möchtet, dann nehmt euch Oropax oder halt Ohrstöpsel mit. Also, weil das kann tatsächlich sehr, sehr laut sein. Und das meinte er damit. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Genau. Es gibt auch schon ein paar Orte, vor allem das sind privaten Bars, wo vor allem Reggaetonmusik gespielt wird, wenn das richtig laut ist. Und ich glaube, wir beide sind der Meinung, das ist lieber dann ein Ort, wo man immer noch sprechen kann und sich hören. Ja. Weil bei diesem Bars muss man dann, ehrlich gesagt, schreiten. Und dann am Ende der Nacht tut das alles einfach weh. Weil es einfach so ist. Dort kommen die Leute einfach, um diese Musik zu hören und tanzen und alles geben. Aber auf jeden Fall ist dann immer ein bisschen lauter an dieser Orte, wo Reggaeton gespielt wird. Das stimmt. Genauso, ja. Das haben wir sogar im Blut, kann ich sagen. Ja, obwohl wir das nicht sehr mögen, mit ein paar Mojitos. Da geht's, ne? Da geht's. Und ich versuche, meine beiden linken Füße auch zu bewegen. Und naja, das klappt. Alles, alles immer. Ja. Also, ich habe es, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft miterlebt. Also, dass halt einfach mal irgendwo hingeht. Und genauso wie du sagst, Anna, das Unterhalten funktioniert dann einfach nicht mehr. Also, wenn man sich wirklich, also, wenn man sich unterhalten will, sollte man sich wahrscheinlich eher wirklich abends eine Bar oder einen Kaffee suchen, wo man hingeht. Oder, wie gesagt, am Malecon gehen, wo wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und aber wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, wenn es natürlich dann darum geht, dass man vielleicht schon ein bisschen Party gemacht hat, schon den ein, zwei, drei, vier Mojitos vielleicht hatte, dann und man sich komplett auf das Tanzen konzentrieren will, dann ist die laute Musik stört einen dann auch nicht mehr wirklich. Also, dann fühlt man die halt dann ein bisschen mehr. Aber wenn man gerade so neu in so einen Club kommt und dann gleich so Bescheid wird, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, das passiert. Das passiert sogar relativ oft. Selbst wenn ihr in ein Restaurant geht, wo eine Box ist, kann es auch mal viel zu laut sein. Also, dass das passiert, das ist sehr, sehr gerne. Die sind alle ein bisschen, die DJs sind vielleicht ein bisschen übermotiviert. Nennen wir es mal so. Ich würde dann gerne mal mit euch über den Malecon sprechen, weil das hat, Anna, du hast es ja schon angesprochen. Was macht dieser, also Malecon, für die, die es nicht wissen, das ist diese berühmte Uferstraße in Havanna, die am Wasser lang geht. Die habt ihr sicher schon mal auf Bildern oder Videos gesehen. Anna, erklär mal, was macht den Malecon so besonders für die Abendszene? Also Malecon ist erstmal ganz, ganz beliebt für die Leute, die in Havanna waren, weil es einfach zu warm ist. Und sobald es wieder am Abend kommt, man geht einfach zum Malecon, einfach zu sitzen und im Meer zu genießen, dass es einfach kühler ist da unten. Und es ist natürlich dann der perfekte Ort, um zu treffen. Vor dem Nationalhotel zum Beispiel, das wird dann ein sehr berühmter Treffpunkt im Malecon, genau vor dem Nationalhotel. Und da will man sich mit den Freunden treffen und dann entscheiden, okay, wohin gehen wir danach? Was machen wir jetzt? Vedado, Havana Vieja, was ist Lotz? Was ist Lotz jetzt? Heute? Und es ist vor allem für junge, ganz junge Leute, würde ich sagen, auch das Perfekte. Also die Erfahrung in der Abendszene in Havanna fängt immer an Malecon, wenn man ein Teenager ist, weil es natürlich am günstigsten ist. Man geht mit einer Gruppe von Freunden, man sitzt da, jemand, also alle Leute geben etwas von Geld und dann kauft man eine Flasche Rum und man ist nicht bereit für die Nacht. Also so funktioniert das. Ja, es ist auch wirklich spannend. Also wenn, ich habe das tatsächlich relativ spät erstmal mitbekommen, also ich habe das glaube ich vor sechs, sieben Jahren glaube ich das erste Mal mitbekommen, dass mal meine Cousine, die halt im gleichen Alter ist, wie ich gesagt habe, wo ich gefragt habe, wo können wir hingehen, die hat dann zu mir gesagt, ja, man fängt halt am Malecon an und dann guckt man halt, wo es hingeht. Und seitdem kannte ich das, weil meine Familie wohnt außerhalb von Havanna, da ist man halt nicht in der Nähe von Malecon. Und da habe ich das das erste Mal mal mitbekommen und war auch erstaunt, wie voll, also wie voll der Malecon ist. Also weil, weil das, das kennst du hier jetzt zum Beispiel in Berlin kennst du das natürlich auch, dass da volle Straßen, aber dann ist da auch irgendwas. Also dann war auch kurz vorher ein Festival oder es war irgendein Club ist in der Nähe ein Konzert und dann siehst du volle Straßen. Aber Malecon ist es halt abends immer so, dass das da so voll ist. Und das ist halt wirklich was Besonderes. Also da kann man halt sehr, sehr schön hingehen. Und so kann man auf jeden Fall schön, wie du schon sagst, die Nacht starten und dann eventuell auch enden, wenn man da wieder zum Schluss landet. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Wie sieht das denn aus? Das habt ihr nämlich auch schon angesprochen mit der Fabrika der Arte. Was ist das? Was kann man da machen? Also Fabrika der Arte, das war eine alte Fabrik, eine Fahrräderfabrik, glaube ich. Und das wurde also, ja das funktioniert nicht mehr. Und Equis Alfonso, ein sehr bekannter, also Künstler von uns, hat das wieder gemacht und wieder gebaut und hat heutzutage viele Zimmer innen und alle diese Zimmer sind zu etwas bestimmt genutzt. Und man kann zum Beispiel ein Theaterstück sehen oder ein kleines Konzert auch genießen, aber auch gibt es immer für Disco-Musik, also um zu tanzen, zu sprechen. Man kann also von alles innen und man kann von alles in der selben Nacht genießen. Das ist ganz, ganz gut. Gibt es auch Mojito to go, alle unsere leckeren Cocktails. Und Land und Leute richtig kennenzulernen, das meinte ich. Ich würde zum Beispiel Fabrika beschreiben als diese große Kunstgalerie, die erstmal sehr cool ist, weil es dann meine Fabrik war und dabei bekommt man noch, wenn man drinnen geht. Und dann hat man dort, dann es gibt wie drei Bars, es gibt auch, man kann auch was zum Essen haben, also Sandwich und solche Sachen, also ganz, also fast food, dann kann man dort haben. Und wie Hwang sagte, es gibt immer was mit den Kunst, es gibt Fotografieausstellungen, von Design kann man auch Architektur, Tanzen, was über Mode zu tun hat, manchmal auch. Und was mir am von Fabrika gefehlt, ist, dass in den verschiedenen Hallen, in den verschiedenen Räumen, bestimmte, also verschiedene Arten von Musik gespielt werden. Man kann dann ein Konzert von einem Trovado hören, dort sein, und dann in den anderen Hallen dann Techno vielleicht, dann Salsa in den anderen. Also es gibt wirklich was für jeden Geschmack in Fabrika und es ist auch nicht so teuer, also ist das perfekt. Und den großen Vorteil, den ich bei Fabrika finde, man findet Leute, genau deswegen, weil es was für jeden Geschmack gibt, man findet alle Typen von Leuten, aller Art von Leuten, die dort kommen, die vielleicht nicht unbedingt in einem selber Ort, alle zusammen sich treffen würden. Und die sind alle bei Fabrika. Also jeder ist mal in Fabrika gegangen, deswegen dann ein Muss, einfach in Habak. Und liegt in der Nähe von dem Malecon, also wenn man noch mehr Lust hat, kann man sich im Malecon treffen können. Genau. Man geht erstmal in den Malecon, holt sich zusammen eine Rumpflasche, dann fängt man erstmal den Abend an und dann geht man zur Fabrika der Arte. Genau. Also sind Zubobner. Ja, also ich fand, ich fand's da auch, und man, wir können gleich mal, ich glaube, das El Cusineros auch noch daneben, ne? Das stimmt. Da kann man dann auch noch hingehen. Genau. Also, um nur mal was, also ich war da auch schon mehrmals, ich war da glaube ich auch vor, ja, vor fünf Jahren oder so das erste Mal, ich fand's auch Hammer. Also ich fand's einfach, ich hätte nicht gedacht, so was da zu erwarten. So eine riesen Location, also diese alte Fabrik, die einfach ausgehöhlt worden ist und da diese Etagen eingebaut worden sind, dass, und wie ihr halt sagt, diese unterschiedliche Musik, man geht durch eine Galerie, ist auf einmal beim Live-Rock-Konzert, man geht durch die andere Galerie, ist auf einmal im Techno-DJ tanzen, dann geht man wieder irgendwie durch eine Galerie und ist auf einmal in so einer Riesenbar oder Kino. Das ist halt wirklich der Hammer. Also ich muss sagen, ich hab, wo ich vor fünf Jahren da war, auch die Kunst, also die Kunst, die man da sehen kann, ist halt auch wirklich total toll. Ich habe seit den fünf Jahren mein Hintergrundbild auf meinem Handy ist ein Bild, was ich in der Fabrika der Arte gesehen habe und das werde ich auch nicht ändern. Ich hab mich so in dieses Bild verliebt und das ist halt, das hat so einen Eindruck hinterlassen und trotzdem halt auch diese Außen-Location, dass man dann draußen da sitzen kann und einfach sich unterhalten kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr toller Laden. Also muss man wirklich sagen, das ist auf jeden Fall, kann man gar nicht mehr Geheimtipp nennen, weil es, glaube ich, schon in vielen Reiseführern steht, aber das sollte man auf jeden Fall nicht missen. Und dann ist daneben, glaube ich, auch noch der El Cousinero, oder? Ja, das ist ja gut, so einer der besten Verlauer ist, der es in Habana gibt. Ja, genau, also einer der besten denen, das ist halt, wenn man, kann man, bevor man denn am Abend zum Abschluss wieder am Malekong zurückgeht, nach dem Fabrika der Arte, kann man dann mit El Cousinero nochmal schnell was essen und dann geht man wieder zurück. Also das wäre zum Beispiel ein Abend, den man so in Havanna verbringen könnte. Ihr seid ja jetzt, wie ihr schon gesagt habt, jetzt nicht so, die jetzt für das Tanzbeinschwing so zu haben sind, aber so Casa de la Musica. Das ist ja auf jeden Fall was, was man auch mal ansprechen sollte. Das ist auch in Vedado, ne? Also vielleicht erstmal grundsätzlich zu Vedado. Vedado ist ein Stadtviertel, in Havanna ein sehr großes, sehr zentral gelegen, westlich von Havanna Vieja. Erzählt mal was von Vedado. Warum? Also es ist einfach das Viertel, wo wirklich, also erstmal liegt das ganz zentral, also es ist ganz einfach nach Vedado zu kommen und zurückzufahren, schon drei Uhr morgens, dann ist es nicht so schwierig, wie Mirama zum Beispiel, noch nicht so teuer. Und zweitens, man kann überall laufen in Vedado. Und weil es so viele Restaurants, so viele Bars und also Fabrika ist da, der schütteste Teil von Malecón ist auch in Vedado. Genau. Man kann alles, alles machen und deswegen glaube ich, dass es so viel, weil es so viel Angebot gibt in Vedado, aber das ist einfach dann am liebsten Viertel und am Abend rausgehen. Ja, das ist... Also das auch mal so als... Das ist wie, wie, wie ein Traum von, von aller Kubaner möchten in Vedado leben. Ja, ja, das ist ja immer so, ne? Jede Stadt hat irgendwie so ein Viertel, wo gerne alle leben möchten, ne? Und das sagen sie dann so lange, bis sie da leben und merken, wie laut es ist. Und dann wollen sie wieder zurück. Ne, aber ja, das stimmt. Also Vedado ist wirklich da... Also man kann da nie was falsch machen. Also wenn man abends einfach nach Vedado geht, kann man nichts falsch machen, weil es so ein großes Angebot gibt, dass man da auf jeden Fall was findet. Und das auch in jede Musikrichtung, also da findet man auf jeden Fall was. Wie jetzt zum Beispiel die Casa de la Musica. Das ist halt ein Club, wie der Name schon sagt, Haus der Musik. Ist, glaube ich, sehr stark auf Salsa fokussiert, oder? Das stimmt. Ja, es gibt vor allem Livemusik mit Salsa und und hingehen eigentlich die Leute, die Salsa tanzen, die einfach für Salsa lieben, die Profis, die richtigen Profis. Wir kommen in Casa de la Musica nicht so oft. Aber es wird auf jeden Fall was erfahren. Auf jeden Fall muss man irgendwann dorthin, weil es einfach total top ist. Und man kann dann dort diese sehr berühmte Salsa-Musica dann einfach dort sehen. Ja. Genau. Für den Flug eingegangen. Richtig. Ungefähr so, ja. Also ich gehe auch nicht so oft. Letztes Mal bin ich mit meiner Freundin und ein paar deutschen Freunden gegangen und wir haben Alexander Abreu besucht. Und ja, das war, muss ich sagen, richtig gut. Ich mag nicht sehr Salsa, aber muss ich mich bewegen. Und da habe ich viel Genauso. Also für euch einmal Alexander Abreu ist, glaube ich, momentan der bekannteste Salsa-Musiker, glaube ich, wenn man das so sagen kann, oder? Also jetzt so in der neuen Zeit. Also wenn man Wanwan natürlich rausnimmt. Na klar, na klar. Weil das ist natürlich, genau. Das ist grundsätzlich für euch mal zum Tipp. Also das ist halt in dieser Casa de la Musica, wie Anna das gerade schon sagt. Also ihr bezahlt da 5 Dollar, also 5 Euro umgerechnet für einen Eintritt. Dort ist jeden Abend, glaube ich, Live-Musik. Und du hast da so zum Wochenende hin, hast du da Größen wie Los Wanwan und Alexander Abreu, die da halt normal auftreten. Also da habt ihr, wenn ihr natürlich in Deutschland seid, dann müsstet ihr euch schon sehr früh anmelden, dass ihr da mal irgendwie ein Konzert, was alle 5 Jahre ist, mal genießen könnt. Ich hatte mal das Glück, dass ich in Berlin mal bei Alexander Abreu und bei Los Wanwan war. Aber das ist, dann seid ihr da bei 60 bis 100 Euro und das ist definitiv ein anderer Flair als im Casa de la Musica in Havanna. Ja, und das ist nicht genau ein Konzert, das ist viel, viel kleiner und man kann Alexander Abreu und diese Bande ganz in der Nähe. Und man kann also ein bisschen das näher wahrnehmen. Ja. Also das alles haben. Ja, da es viel privater ist, sind auch die Musiker viel spontaner. Na klar. Sie sind viel, genau, sie passen gar nicht auf, wie sie sich präsent. Sie tanzen einfach auch alle, sie leben alles, was sie haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung. Und auch, also mal ein Tipp, würde ich sagen auch, die beste oder die bekannteste Casa de la Musica sind die von Mirama und die von Centrovan. Die von Werner ist leider nicht so großartig. Ja, stimmt. Würde ich sagen. Vor allem die von Mirama kenne ich schon. Ja. Genau. Und also sehr, sehr gute Musiker kommen dorthin, also jeden Samstag, jede Woche. Wo ist das in Mirama? Das ist in der Nähe von dieser internationalen Klinik Siragatia. Ja. Und da, und da, das ist ja dann ein guter Tipp mal von dir. Also da sind dann eher die guten Musiker. Und wo meintest du noch, wo noch die guten sind? In Galliano. In Galliano Straße. Havana Zentrum. In der Nähe von der alten Stadt. Genau. Zentrum Havana. Ja. In das Leben. Und wenn du dann mal nachgucken. Sag mal, wie sieht das denn aus? Grundsätzlich mal, das fragen sich bestimmt auch sehr viele, mit der Sicherheit. Mit der Sicherheit abends so in Clubs oder wenn man in Bars geht, sollte man irgendwas Bestimmtes beachten. Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps oder irgendwas, was ihr dazu sagen könnt? Das ist das Beste, glaube ich, von Abends hier in Havanna und in Kuba im allgemeinen. Ich kann alleine mit meinen Freunden irgendwelche Uhrzeit am Abend frei laufen und das passiert aber nicht. Also in solchen Partys kann man sorgenlos gehen und die Leute sind sehr tolerant und wir brauchen keine Probleme mehr. Ja, wir gehen nur ins Party zu genießen, ein bisschen trinken, tanzen und Leute kennenlernen. Also das ist total sicher, kann ich sagen. Okay, super. Ja, bitte Anna. Also als Frau kann ich natürlich auch sagen, dass ich mal mit meinen Freundinnen rausgegangen bin. Also nur eine Gruppe von Frauen und gar kein Problem gehabt. Also man geht drei Uhr morgens raus. Und natürlich wie die Kubaner sich benehmen, man kennt jemanden lernen und dann hat man schon ein Auto mit dem Mann zurück nach Hause fahren kann. Plötzlich. Aber die Sorge hat man nicht. Okay, mit dieser Person sollte ich eigentlich nicht fahren, weil irgendwas könnte mir passieren. Das ist vielleicht, was man in anderen Ländern erfahren könnte als Frau. Das ist auf Kuba gar nicht so. Also wir könnten uns mit einem Gruppe von Jungs unterhalten und dann, also das geht. Weil Kubaner sind natürlich sehr hilfsbereit und man kennt sich schon. Und als Zürcher ist das natürlich ein bisschen anders. Also wenn man ein Tourist ist in einem Fremdenland, dann sollte man natürlich ein bisschen mehr aufpassen. Natürlich. Nicht bei jedem mitfahren, bitte. Aber es ist auf jeden Fall sicherer. Kuba ist auf jeden Fall sicherer für ein Land. Man kann also ruhig drei Uhr morgens nach Hause laufen. Das kann ich auch nur bestätigen. Grundsätzlich ist es ja, wie ihr schon sagt, in Kuba sehr sicher. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ich hatte da noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Also das stimmt auf jeden Fall. Und sehr tolerant. Kwanki, wie du auch schon gesagt hast, es ist auch sehr tolerant. Also es gibt jetzt auch, egal welche Vorlieben man zum Beispiel hat, das spielt in Kuba wirklich keine Rolle. Da wird jeder so akzeptiert, wie er ist. Da hat man auf jeden Fall keine Probleme, weil wie ihr schon sagt, den Leuten geht es halt darum, sie wollen ihren Spaß haben. Und das steht da im Vordergrund. Und das merkt man auf jeden Fall. Was trinkt ihr denn am liebsten, wenn ihr so abends weggeht? Ich mag lieber, also die Deutschen kennen das nicht sehr, Michelada. Kennst du das, Vincent? Ja, kenne ich von dir. Ja, ich, genau, genau. Du hast es mir gezeigt. Also ich mache das lieber, das ist Bier mit Tomatensauce, also englische Soße, ein bisschen Schaft, Salz und Zitronensaft. Also das schmeckt ganz, ganz lecker. Und ja, die Deutschen müssen das probieren. Ich würde das also euch empfehlen hier in Kuba. Ja, sehr gut. Und das kannst du denn den ganzen Abend trinken? Ähm, ja, das ist, also kann ich mehr Micheladas trinken als Bier. Okay. Weil diese Tomatensauce hilft uns, um ein bisschen mehr zu trinken. Ja, das stimmt. Das ist immer gut. Und äh, naja. Stimmt. Ja. Das muss man, glaube ich, auch mal kurz erkennen. Es gibt auch so eine Tomatensoda bei euch. Also, ähm, die habe ich zumindest mal gehabt. Germato heißt das. Genau. Genau. Und das kenne ich halt, das habe ich halt gesehen bei meiner Cousine zum Beispiel. Die trinkt dann gerne mal das gemischt mit Bier. Ja, das ist so gut, Mann. Ja, das ist eine halbe Michelada. Es fällt noch was, aber halte Idee. Fast, fast. Das ist eine Michelada zu Hause. Ja. Ja. Es ist sehr lecker auf jeden Fall. Ich finde es auch nicht schlecht. Also ich musste mich erst mal daran gewöhnen. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Ja, und dieser Hintergrundgedanke, dass es dir ja viel besser geht, weil du viel mehr Energie hast und du halt diesen Tomatensaft dir natürlich ein bisschen mehr Kraft gibst, damit du auch länger durchhält, ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Das ist bei uns, wenn du das in Deutschland sagen würdest, Bier wird gemischt mit Tomatensaft, da fliegst du raus. Da fliegst du sofort aus dem Club raus. Die schmeißen dich da gleich raus. Ähm, das ist ja, also ja, super. Wie sieht das denn, habt ihr beide, also jeder von euch vielleicht einen Geheimtipp? Irgendwas, was eure Vorliebe ist? Habt ihr irgendeinen Laden, wo ihr sagt, da gehe ich halt total gerne hin? Anna? Also ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Fabrica, weil es dort irgendwas gibt, dem man gefahren will. Also dort kann man was finden. Das einzige mit Fabrica ist, dass sie nicht so spät, also sie schließen eher ein bisschen früher. Stimmt, ja. Wenn man schon die ganze Nacht Party machen möchte. Aber es gibt, wie gesagt, so viele Bars in Berado. Mir gefällt zum Beispiel sehr Efe, die genau auf 23. Straße ist. Ein bisschen schicker für ein paar. Und ich mag gerne zum Beispiel Trova als Musikstil. Und dann war gesagt, dass er ein bisschen leiser ist und die Leute sich unterhalten. Und ich gehe zum Beispiel sehr gerne, und das ist total Geheimtipp, weil das kennt sogar nicht viele Corona. Es gibt in Berado dieses Haus, das sind private Wohnungen. Auf dem Erdgeschustand haben sie das, das heißt La Linterna Verde. Und das ist dann ein sehr bekanntes Ort für Trova. Und sie haben sehr gute Cocktails. Okay, sehr gut. Also wenn man dann ganz schön dorthin gehen möchte, vielleicht nach Fabrica, um zu entscheiden, wo geht man danach, dann mal kurz ein Cocktail bei La Linterna Verde. Genau in Berado. Also sehr, sehr central. Sehr guter Tipp. Müsst ihr mitschreiben. Sehr, sehr guter Tipp. Juanqui, wie sieht es bei dir aus? Also, wie ihr weiß, ich bin kein großer Fan von Partys, aber Malecon würde ich sagen. Also Malecon hat also sieben Kilometer lang und man kann jeden Tag dorthin gehen und nie den selben Ort wiederholen. Und am Abend, das wird aber toll. Das ist ja Ort, meiner Meinung nach. Also man kann die alte Havanna, Havanna Zentrum, Vedaro und sogar Playa besuchen, nur vor dem Malecon. Und dort gibt es viele Bars in der Nähe, Kneipen überall. Man kann irgendwo eine Pause machen und eine Michelada trinken, bitte. Und ja, dort man kann auch Landleute kennenlernen, ein bisschen Liftmusik auf der Strecke haben. Und also Leute angeln. Man kann alles sehen. Und am Abend, das ist ganz schön für mich. Ja, das finde ich auch. Und das Meer auch. Genau. Und wie ihr schon meint, ist es halt auch schön frisch da durch das Meer. Genau. Das ist halt auch ein schön heißes im Sommer. Super. Ja, wir haben heute darüber geredet, was Locals so in Havanna machen, wenn es dunkel wird. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, was man so in Havanna alles machen kann. Wir haben darüber gesprochen, wo das beste Viertel ist, wo man weggehen kann und immer was finden kann. Wir haben über besondere Locations gesprochen, wie die Fabrika der Arte, welche Musikstile ihr auch da entdecken könnt. Wir haben ein bisschen was über Geheimtits ausgeplaudert. Anna, Juanqui, vielen, vielen Dank, dass ihr das heute gemacht habt mit mir. Und ja, ihr werdet unten in den Kommentaren oder unten in der Description findet ihr noch ein paar nützliche Links, wie schon besprochen. Das war es wieder von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Das war sehr schön, mit euch zu sprechen.